Komm mit uns auf eine Reise durch den Breidenbacher Grund, in St. Grund. Den Mittelpunkt bildet die Kirche mit dem schief gewickelten Turm. Zu und der Gemeinde Breidenbach zählen die Orte Achenbach, Breidenbach, Niederdieten, Kleingladenbach, Oberdieten, Wiesenbach und Holzhausen. Die Menschen zeigen dir, wie lebens- und liebenswert ihr hessisches Hinterland ist. Atme eine Prise Gemeinschaft. Sei es im Kindergarten. Bei Musik, im Theater Oder im Schwimmbad Und bei allem, was zum Leben dazugehört. Lass dich einladen und nimm einen Schluck von unserer eindrucksvollen Natur, in der du Körper und Seele baumeln lassen kannst. Musik Fühl den Herzschlag unserer heimischen Industrie, Der sogar weltweit zu spüren ist. Genieß, in St. Grund, mit allen Sinnen. Musik Genieß, in St. Grund, mit allen Sinnen. Genieß, in St. Grund, mit allen Sinnen. Gesang, in St. Grund, mit allen Sinnen. Untertitelung des ZDF, 2020